Hallo und willkommen zurück zu Battlefield 3. Und wir machen jetzt mal hier weiter. Ja, komm. Ach so. Okay. Gut. So hätten wir das damals machen müssen. Ja, was heißt damals? Gestern? So für 1. Okay. Okay. Warte funktioniert. Sieht gut aus. Check Rakete. Rakete system verfolgt. Wir haben checken, dass wir uns bereich haben. Okay. Ich bin hier. Wir machen jetzt hier. Alter Fliegst du oder fliege ich? Also bis jetzt steige ich nix Tross Also ich sehe bis jetzt noch nix außer den einen Schuss da Ja Jetzt sagt mir nicht, ich soll das da erst steuern Kein Freund, kein Feindsignal Ok Bastarde Bastarde Achso und wir steuern doch Aber das sieht nicht so aus ob wir steuern Ich übernehme den rechts Das sieht nicht gut aus Hinter dir Oder wem meinst du? So soll ich? Was hältst du mir noch an? Ich glaube ich... achso Na? Alter Alter Ok Einen haben wir schonmal Und den anderen auch Scheint so Scheint so Anders gesagt Ich kann mich nicht so drehen Dreh dich doch Jetzt Was? Treffer Schieß Daneben Nein, 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 nein Dreh dich Das wird nichts Du Idiot, dreh dich doch Ich seh ihn aber Wegen dir werden wir noch sterben Ich schieße doch Aber wenn Geh doch Achtung, Fight 3 Alter, mir wird schlecht Red ich nicht so Ich schieße doch Okay Treffer tot Ich soll jetzt verteidigen Soll ich wieder auf X Ja, willst du mich verarschen Ich hab doch X gedrückt Wenn du sterben willst, tust du es Aber Danke Aber dreh dich mal Genau Achso, Maschinengewehr Das ist Dreh dich nicht so behindert Wir werden sterben Wir werden sterben Okay Danke Wichser Nur weil ich so behindert Drehs Sind wir tot Könnte laut sein Könnte laut sein Okay Lass mich doch die Waffe rausholen So So Du musst erst mal hoch Das ist das Problem Deswegen soll ich erst mal X Spam So So Jetzt Gut Treffer Nein Jetzt Jetzt Geht Ja Feuerwerk Feuerwerk So Ich sollte jetzt mal Nicht so ausrasten Okay Ich soll jetzt fliegen Leute Keine gute Idee Okay 212 416 Komm mit Ziel Wied rein Und zu Möglichem Haus Ziel Over Stell Stand Ohne Highlight Mit Kennung Mieter Heim ins Gebiet Triker 1 2 Kommt 17 Abwehr 3 Verdammte Scheiße Die kommt ganz schön aus 416 Ja Sag mir wie Okay Keine Ahnung. Schieß doch. Ja, wenn er nicht schießt. Ekelhaft. 4, 6, Ripper 1, 2, Sicht auf Tankbank, die Rollbahn überqueren und wird zu dem jeder wollen. Verstanden? 2, 2, 2, 2, wir markieren die Ziele von Interferung. Verstanden? Verstanden? Komm rein. Berein halten. Drücke 2, aus. 4, 6, verstanden. Okay, Hauke, zwängst auf die Frau Ruhs und find diese Flugzeuge. C. Okay, Hauke. Okay, Hauke. Boah, das ist richtig kacke. Verfolge euer Ziel. Unterwege. Direkter Treffer. Hauke, das erscheinende Vtrechtstofflager. Erregt. Drei Sekunden. Schieß. Da. Schieß, komm. Ich hab euren Laser, komm rein. Nicht schlecht. Hier noch. Wollen wir's gucken. Schatz 4, 6, der kommt, fliegt sogar in der Schutzbegabe. Sie wollen abheben. Ober. 4, 6, verstanden. Vorkind. Da. Da ist noch einer. Komm. Nicht schlecht. Was ist das? Das war der Nächste. 4, 5, 3 Fahrzeuge befinden sich über die Standbahn. Hier sein. Wartet ab. Schatz 4, 6, haltet euch Angriff bereit, sobald das Ziel bestätigt ist. Verstanden? Roger. Okay, Hauke. Macht sich bereit für den dauernden Schutz. Da. Schieß doch. Ja. Pult auf 3, 3. Wir markieren per Laser für Dauerbeschuss. Verstanden? Haben wir dann, willkommen jetzt zu euch. Es gibt es noch vier. Ihr habt Angriffszweigabe. Wiederholen. Angriffszweigabe. Schieß doch. Gebiet. 3, 2, 1. Bereitschaft. Oh. 3, 2, 1. Los. 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 Nicht schlecht. Wow. Der Zoll macht der Flug. Die Anfrage aber auch die auszuschalten. Verstanden. Roger. 3 Sekunden. Was ist das? 446, zieht sich auf dem Zielgebiet zurück. Verstand, die ist auf kurz 040. Achtung auf der KMZ, anfangen abzuwerfen. 212 out. 446, ihr nähert euch dem Gleitweg, seid etwas ab. Kurskorrektur auf 3 Meilen. 446, 2 Meilen ab. 446, Haken ist raus, sieht gut aus. 446, Haken ist raus, sieht gut aus. Ich kann das nach Sichtgerät nicht ausschalten. Ist das euer Ernst? 20 Knoten auf Licht achten. 500. 750. 600. Das sieht so scheiße aus. 550. Nein. Direkt auf Licht zu, bringen sie runter. Bringen sie runter. Alter, wie landest du? Kann erstmal demnächst ein bisschen sanfter sein. Ja, das ist die nächste Mission, die jetzt kommt. Wir gucken erstmal, ob eine Videosequenz dazu kommt. Wenn ja, gucken wir uns die an und dann machen wir im nächsten Part weiter. Nette Geschichte. Aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich denen aufzeichnen, was? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran runtergekommen. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren sie der Ansicht, es klappt keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sage ich so. Ich würde sie gar was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren ihre Worte. Nein. Wer ist denn sonst? Keine Ahnung. Und wir haben auch keine Ahnung, wie ihr Befehlshandel ein Offizier schaut. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm raus zu prügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nachforschen. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Es sollte demnächst das Fenster schließen. Ich glaube, dann hört man auch nicht den Wind, wenn man den jetzt gehört hat. So. Hier machen wir in der nächsten Mission weiter. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Müllen des Schicksals mahlen langsam. Leute. Ach du Scheiße. Ich höre. Missfit. Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings. Um 0,300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Gareth ist Regiment die Jaffee-Brücke eingenommen. Dadurch sind Missfit und Hellenlöcke in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu verstoßen. Euer erstes Einsatzziel ist der Kolschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Sie werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Die Mission sollen wir uns bereit machen zum Aussteigen. Die sind doch schon draußen. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Missfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Verstanden. Blackball. Nimm den Maser. Danke. Los. 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 So. Das machen wir in der nächsten Mission dann. Also in der nächsten Folge. Reingehauen. Rande. 到